Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Novus. Wir gehen auf den Server und gucken, ob uns was angreifen will. Aber nein. So, in der letzten Folge haben wir vergeblich versucht, das jetzt zum Laufen zu bringen. Aber die Lösung ist gar nicht mal so abwegig. Wir müssen das Ganze einfach an die Energie, die wir haben, anschließen. Wo ist er denn? Hallo? Da. Machen wir einfach mal hier fürs Erste. Dann kommt das wieder nach dort und das nach dort und dann, genau. Sollte sich das hier relativ schnell füllen und wir bekommen ein Printed Logic Circuit. Gut, dann war es das aber nicht. Wir brauchen nämlich um einiges mehr. Und zwar brauchen wir, warte, 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 nee doch nicht. Wir müssen hier erstmal weitermachen. Und zwar brauchen wir das hier. Printed Silicon. Und das machen wir mit einer Silikonpresse und Silikon. Jetzt ist die Frage, haben wir Silikon? Denn Silikon war immer so ein Rohstoff, den ich nie mitgenommen habe, weil ich mir gedacht habe, der bräuchte ich eh nicht. Aber wahrscheinlich war das ein Fehler. Achso, ist ja gar kein Silikon, sondern Silizium, oder? Ich weiß es nicht. Kann gut sein. Ja, doof. Wir haben jetzt anscheinend gar nichts. Was mich ehrlich gesagt wundert. Aber es wird wohl so sein. Zink. Na gut. Kein Silikon. Silizium. Oder ist es noch anders? Ich weiß es nicht. Na gut. Das bedeutet, wir werden wohl oder übel mal nach unten gehen müssen. Und ein bisschen Silikon sammeln. Ich glaube aber, dass ich noch in dieser Höhle da unten einiges von dem Zeug haben müsste. Ich mache mal ein paar Fackeln. Damit ihr auch was seht. Und dann geht es gleich bergab. Zack, zack. Gut. Das sollte reichen. Hier müsste ja irgendwo noch das Loch sein. Geht der eigentlich kaputt oder so, dieser Ring? Ne, ne? Wo ist der denn? Hallo? Sehe ich den gar nicht? Komisch. Aber ich kann fliegen, ne? Ja. Gut. Hier irgendwo. Da. Okay. Achso. Ich kann natürlich auch weiter runter. Oh. Achso. Ich wäre jetzt fast gestorben, glaube ich, wenn da kein Wasser wäre. Aber gut gehabt. So. Silikon. Lithium. Redstone. Ich meine, dass ich hier unten einiges davon gesehen habe. Aber eben nicht mitgenommen. Osmium. Salz. Nein. 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 Magnesium. Zink. Alles kein Silikon. Britannium. Es gibt doch. Ich guck mal lieber. Ups. Silikon. Es gibt doch davon Erze. Genau. Ich guck mal kurz. Vielleicht kann man das doch irgendwie anders machen. Ah. Mist. Mit Sand. Okay. Verdammt. Äh. Löscht bitte auch den Kommentar. Von wegen. Hey Tim. Nimm doch einfach Sand und tu das mit Pulverizer. Dann kriegst du auch Silikon. Hätte ich mal vorher gucken sollen. Glaube ich. Na gut. Dann gehen wir wieder hoch und sammeln ein bisschen Sand. Denn ich glaube wir haben alles an Sand. Oh Gott. Wo ist jetzt die Mitte? Sehe ich auf der Minimap. Da. Da. Wir haben alles an Sand. Hä? Hier links. Oder? Doch jetzt. Äh. Verbraucht für Glas. Und. Dementsprechend. Haben wir keinen Sand mehr. Schnell schlafen gehen. Bevor mich wieder. Irgendwas böses angreift. Und dann. Äh. Gucken wir erstmal ob wir noch Sand haben. Und wenn nicht. Sammeln wir ein bisschen was. Achso. Natürlich haben wir noch Sand. schon allein in der Quarry. Gefarmt. Aber das ist halt alles nicht hier. Sondern woanders. Ja. Ein Sandstein. Aber wir brauchen auch nicht viel. Wir brauchen genau einen. Glaube ich. Mal gucken. Du kommst jetzt hier rein. Das tauschen wir eben aus. Ja. Kommt wieder oben rein. Zack. Und dann haben wir Silikon. Gut. Silizium. Oder Silicon. So passt es besser. Äh. Gut. Dann. Nehmen wir wieder unseren Inscriber. Tun. Das noch da. Ne. Gut. Wie war das? Das da rein. Das da rein. Ah ja. Okay. Dann ging das wahrscheinlich nicht. Weil die Platte da oben drin war. Und dann das hier. Genau. Da kriegen wir hier irgendwas raus. Bestimmt. Genau. Und das kommt dann nach unten. schön. Also. So rum. Nein. Klappt nicht. Was brauche ich da oben? Irgendwas anderes anscheinend. Zack. Zack. Nein. Falsch. Wie kann man eigentlich zurückgehen? Angenommen ich klicke jetzt hier drauf. Das war falsch. Und ich will zurück. Geht das irgendwie? Bestimmt. Aber ich weiß nicht wie. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Wenn ihr möchtet. So. Zack. Achso. Hups. Das habe ich eben gemacht. So. Und so. Und dann hier. Letztom. Ist das richtig? Ich glaube schon. Und dann haben wir. Das. Okay. Aber davon brauchen wir glaube ich noch ein paar mehr. Einmal den hier. Dafür nicht. Formation Core. World-Chip Prozessor. Genau. Ist der gleiche. Und hierfür auch nochmal. Also drei Stück. Okay. Verdammt. Das sah so aus. Als würden wir. Nochmal. Quarz brauchen. Müssen wir gleich mal gucken. Das bedeutet. Ich brauche noch mal zwei Sand. Erst einmal. Übrigens könnte ich mir auch Sand. Mit Hilfe meines. Magma Crucial. Ich glaube ich machen. Ne. Ich stimmt gar nicht. Habe ich vergessen wie das Ding heißt. Habe ich auch noch gar nicht glaube ich. Auf jeden Fall geht das. Ah ne. Auch mit der Pulverizer oder? Ich glaube schon. Pulverizer. Pulverisiert Cobblestone zu Sand. Ich glaube ich. Aber egal. Brauche ich jetzt nicht. Was wir brauchen ist. Das hier. Eins und. Zwei. Dann kommt das wieder hier rein. Zusammen. Oh. Geht nur eins auf einmal. Zusammen mit dem Ding. Und dann gleich das zweite hinterher. Und dann. Brauchen wir nochmal Gold. Sollten wir jetzt hier drin haben. Und die andere Presse. Zack. Und. Zack. Tauert es lang. Habe ich mal so lang. Aber es sieht lange aus. Vor allem am Ende. Habe ich mal so lang. Dann. Kommt das wieder weg. So. Äh. Nervt das. Dass man sich nicht stacken kann hier drin. Und so. Dann. Äh. Achso. Jetzt noch da rein. Und dann war es das. Erst einmal damit. So. So. Und. So. Okay. Gut. Dann. Weiter im Text. Wir brauchen. Fluix Dust. Das können wir. Hier mit machen. Das kommt auch hier rein. Richtig. Okay. Dann brauchen wir. Ich mach mal raus. Ähm. Zettus Quartz. Ganz normales. Und. Nether Quartz. Was geht denn da noch? Pure Nether Quartz Crystal. War. Okay. Ich guck mal kurz. Ob ich nicht. Das hier irgendwie herstellen kann. Na gut. Bringt mir nix. Keine Ahnung. Nein danke. Auch nicht. Ne. Block of Quartz. Ne. Äh. Ich muss dann kurz in die Hölle. Glaube ich. Leider. Oder hab ich vielleicht zufällig irgendwo Quartz rumliegen? Also vielleicht auch so Quartz Blacke. Glaube ich aber nicht. Äh. Ich könnte ja mal das hier machen. Name. Ne. Name auswählen. Mal gucken. Name auswählen. Set drücken. Teleport. Die Uhr. Okay. Ah. Äh. Achso. Name auswählen. Wie heiße ich denn? Tim. MC Expert. Äh. Und. Name auswählen. Set drücken. Teleport. Achso. Jetzt port ich mich aber zu mir. Gut. Das will ich nicht. Ich möchte. Natürlich. In die Mitte. Ah. Hub. Aha. Okay. Set. Teleport. Huh. Oh. Ne. Hallo. Was ist das jetzt von Cast Crafter hier? Der will uns einsperren oder was? Wo sind wir denn jetzt? Im Hub. Was ist denn der Hub? Hat er auch gebaut wahrscheinlich. Und jetzt kann ich mich hiermit. Gibt's hier Quarz? Quarz? Nein. Leider nicht. Äh. Na gut. Was gibt's denn noch? Das ist so klein das Fenster. Gibt's. Vielleicht. Ne. Ne Mitte oder so? Muss es doch. Ja. Oder ich komme hier irgendwie weiter. Wo bin ich denn hier auf der Map? Keine Ahnung. Blöd. Dann port ich mich einfach mal zu... Skate glaube ich. Denn der wohnt recht nah. Äh. An der Mitte. Richtig. Boah. Ne. Hä. Doch. Ne. Wo ist denn die Mitte? Wo wohnt Skate hier? Ist das richtig? Ich dachte er wohnt komplett in der Mitte. Da. Na doch. Ist doch recht nah. Gut. Dann gehen wir in die Hölle. Wir können uns halt auch wieder Quarz klauen. Aber. Ich klaue nur das was ich mir nicht auf die Schnell besorgen kann glaube ich. Na gut. So. Habe ich Essen dabei? Ja. Noch elf Kartoffeln. Das reicht erstmal. Aber wir haben ja auch ein paar angepflanzt. Oh. Hä? Wie viel runter? So. Jetzt. Äh. Und schon wieder habe ich das Portal vergessen. Aber. Ne. Mache ich das hier? Ist ja auch egal. Ich brauche es erstmal nicht. Hölle. Ja. Quarz sollten wir jetzt relativ schnell finden. Wo? Denn. Das ist ja nicht allzu beliebt. Hoffe ich. Hier dürfte es rausgehen. Diese Position sollte ich mir merken. Werde ich eh nicht schaffen. Aber egal. Hier ist Quarz. Genau. Davon gibt es relativ viel. Dann grabe ich mich hier mal rein. Um ein bisschen das abfarben zu können. Und ich brauche nicht mehr als so eine. Wie heißt das? Als so ein Flotz. Flotz. Irgendwas. Dummes Wort. Genau. Das reicht. Werde ich vielleicht Schwerte noch brauchen. Aber. Wenn dieser Zeitpunkt kommt. Dann gehe ich nochmal farmen. Elf Stücken. Ich dachte da kommt irgendwie mehr raus. Dann nehme ich doch mal ein bisschen mehr mit. Die Decke will ich umgehen farmen. Hier ist ein bisschen was. Das wäre gut. Und hier auch. Machen wir das. Und dann reicht's. Mir reicht's. Hab genug Quarz. Okay. Gut. Dann. Gehen wir zurück. Aha. Gemerkt. Wo ich raus muss. Öh. Dankeschön. Und. Wir verschwinden. Tschu. Achso. Beziehungsweise können wir uns jetzt ja einfach. Teleportieren. Hallo Spinne. Du bleibst da. Ich geh weg. So. So. Im Sixpad. Okay. Gut. Dann. Haben wir. Quarz. Und können uns jetzt. Äh. Was genau machen. Wo war ich? Me Chest. Terminal. Das Ding. Äh. Brauchen wir das für das andere auch. Ja. Gut. Dann muss ich sowieso noch ein bisschen was von dem Zeug hier machen. Dafür brauchen wir Quarz. Redstone. Und. Charged. Zertus Quarz. Vier. Ich mach mal so ein bisschen was davon. Eins. Zwei. 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 Dort rein. Ups. Weg damit. Dann haben wir das. Dann haben wir. Zertus Quarz. Und das. Und für das andere brauchen wir was? Normales Quarz. Einmal Zertus Quarz. Einmal normales Quarz. Zertus Quarz habe ich. Normales Quarz habe ich. Sollte passen. Quarz. Das Zeug. Und das. Gut. Dann haben wir den Annihilation Core. und dann das gleiche hiermit. Und dann haben wir den anderen. Was ist das denn? Hab ich irgendwo aufgesammelt. Äh. So. Und. So. Okay. Gut. Done. Sind wir doch schon fast mit dem Terminal fertig. Das haben wir schon. Und jetzt brauchen wir noch. Das Ding. Quarz. Glas. Oh. Okay. Davon nehmen wir am besten Zertus Quarz. Dust. Und Glas. Und wir bekommen da vier raus. Das heißt einmal das reicht. Also brauchen wir wahrscheinlich fünfmal Quarz. Und müssen das pulverisieren. Mal gucken ob das stimmt. Grindstone. Maze Rater. Das wird auch. Genau. Pulverisierbar sein. Äh. Dann machen wir das. Gehen. Nein. Gehen gleich schlafen. Nachdem ich. Eins. Zwei. Zwei. Vier. Fünf. Äh. Eins. Zwei. Das gemacht hab. So. Hoffentlich war das nicht zu spät. Aber ich sehe keinen Mob hier oben. Gute Morgen. Dann. Haben wir jetzt das. Okay. Glas sollten wir auch noch irgendwo haben. Ja. Zwei Stück nur. Äh. Das ist zu wenig. Aber hier hab ich noch was. Gut. Dann machen wir das so. Da kommt eine Spinne. Quarzglas. Das verbinden wir mit. Oh. Ich brauch noch Glas. Äh. Achso. Nein. Doch. War richtig. Glowstone. Redstone. Und Eisen. Hab ich Glowstone? Okay. Ein bisschen was. Ich hab jetzt überhaupt nicht aufgepasst. Was ich. Wovon. Wie viel brauche. Deswegen muss ich noch mal gucken. Oder ich rate mal ein bisschen. So glaub ich. Vielleicht. Nein. Natürlich nicht. Äh. Ich glaub zwei Eisen. Ach. Keine Ahnung. Ich guck mal. So. Oben. Unten. Äh. Dust. Dann hier Glowstone. Und Eisen. Gut. Drei Stück. Haben wir schon mal ein bisschen mehr. Obwohl wir das wahrscheinlich niemals brauchen werden. Doch. Irgendwann schon. Für. Mehr Platz. Im System. Okay. Dann können wir jetzt. Das Terminal bauen. Und zwar. Hiermit. Wir können ja direkt mehrere bauen eigentlich. Ich hab eher alles da. Glaub ich. Ne. Das hab ich nicht. Aber. Sonst fliegen mir die ganzen Sachen da rum. Ich glaube nicht. Dass ich die für was anderes brauche. Und deswegen. Mache ich mir kurz mit Sand. Was ich natürlich nicht habe. Denn ich bin so dumm. Und baue immer nur ein Ding ab. Äh. Baue ich mir jetzt. Silikon. Hier unten. Das ist nervig ey. Zack. Dann kommt das nach dort. Und die Silikonpresse nach da. Dann machen wir Gold. Hallo. Gold. Weg damit. Und rein damit. Dann kommt das nach unten. Das nach oben. Und dann jetzt noch rein. Dann haben wir ja genau genug für zwei Terminals. Glaube ich. Einmal so. Einmal so. Einmal so. Einmal so. Ist vielleicht falsch rum. Aber nein. Passt. Zwei Terminals. Und noch so ein extra Panel. Das kommt erstmal. Ne egal. Behalten wir immer Metall. Denn wir sind ja unordentlich wie sonst was. Und können wahrscheinlich nicht auf die Schnelle das Zeug auch noch machen. Denn dafür brauchen wir Quartz Fiber. Obwohl. Ne. Machen wir aber in der nächsten Folge. Denn wir sind schon wieder an den 20 Minuten. Okay. Mal gucken. Dann werden wir ja noch. Achso. Doch. Da fehlt noch einiges. Wir haben dann erstmal die Kiste. Brauchen dann noch. Ja. Energie. Und mit dieser Energie noch. Irgendein anderes Zeug. Achso. So ein Transformer. Wodurch wir die Energie in. Applied Energistics Energie umwandeln können. Ich weiß nicht genau wie die heißt. Wie geht denn das? Energy. Hör ich das auf die Schnelle? Doch. Hier unten. Ah. Blablabla. Ne. Doch. Nein. Stimmt nicht. Hier. Genau. Energy Acceptor. Okay. Auch nochmal Quarz. Glas. Gut. Aber das sollten wir alles in der nächsten Folge eventuell sogar schaffen. Und dann brauchen wir nochmal so ein Storage Chip. Und ja gut. So ganz wird es nicht hinhauen. Aber mal schauen. Wir kommen auf jeden Fall voran. Glaube ich. Also. Dann war es das. Ich hoffe es hat dir gefallen. Dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Dann. цw. Tschüss.